Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr seht, wir befinden uns wieder im, bzw. ich befinde mich wieder im EJ6. Und ich habe euch ja gesagt, wir machen mehrere Teile aus dem Innenraum bzw. aus dem Ausbau des Innenraums. Und heute ist dran, Lenkrad, Tacho und hoffentlich das Armaturenbrett schon. Ich muss da mal gucken, wie ich gleich vorankomme und dann schauen wir mal, dass wir das alles irgendwie rauskriegen. Ich habe die Batterie schon abgeklemmt. Sicherheitshinweis an dieser Stelle, ja, wenn ihr euch nicht sicher seid, macht es bitte nicht nach. Denn ihr arbeitet im Falle des Lenkrads mit Sprengstoff und macht das wirklich nur, wenn ihr euch absolut sicher seid. Ich bin mir absolut sicher, dass ich weiß, was ich tue oder ich zumindest irgendwie eine Ahnung habe ungefähr. Und die Batterie ist sowieso schon extrem tot gewesen. Und da kam auch nirgendwo mehr was an, also noch nicht mal die Tachobeleuchtung ging mehr an. Also von daher gehe ich davon aus, dass ich jetzt hier auf der sicheren Seite bin. Ich habe auch nach Batterieabklemmen einmal drei Minuten gewartet. Soll man laut Werkstatthandbuch, und zwar ganz einfach, damit sich der Kondensator entlädt, ja, also bevor ihr dann an den Airbag geht, noch ein paar Minütchen warten. Ja, ich werde jetzt mal die ganze Verkleidungsteile abbauen und hoffe, dass das auch ohne weiteres klappt. Ich gucke mal, wo ich euch jetzt hinstelle, sodass ihr schönen Blick habt. Und dann würde ich sagen, quatschen wir mal gleich weiter. So, als nächstes müssen wir hier an den Seiten. Ich weiß nicht, ob auf der Seite auch einer ist, aber auf der anderen Seite die Abdeckung abmachen, ja, vom Lenkrad, weil dort auch noch Schrauben sind. Ja, das mache ich dann mal eben. Wer sich übrigens unsicher ist, kann auch hier die gelben Stecker aus dem Sicherungskasten abziehen. Ja, das ist einmal der hier und der andere, weil die gehören mit zum Airbag-System. Danke übrigens Daniel für den Tipp, ja. Ja, ich würde sagen, ich mache mal weiter. Also wenn ihr hier unten unter dem Lenkrad die Abdeckung abgenommen habt, dann seht ihr auch schon hier quasi den Airbag-Stecker. Ja, Moment. Könnt ihr einfach dann Zeug rausziehen und dann einfach abmachen. Ich habe den Stecker einmal abgezogen. Wie ihr seht, bin ich ein bisschen grobmotorisch dran gegangen, weil ich den Stecker eh nicht mehr brauchen werde. Und selbst wenn, ist mir gerade aufgefallen, der Stecker hält trotzdem. Also diese komischen Plastikteile, da sind sowieso von Nippes. Und ja, jetzt mache ich die Schrauben an der Seite raus und dann ist das Lenkrad auch schon good to go. Eigentlich das Ganze nur, um auch noch an den Lenkstock zu kommen. Also an die Hebelchen für den E-O9. So viel Aufwand. Jetzt müsst ihr übrigens die Schrauben hier an der Seite rausnehmen, beide. Und dann könnt ihr den Airbag vorsichtig abnehmen. Also, jetzt sollte eh nichts mehr passieren, aber wenn ihr den gelben Stecker später abzieht, dann müsst ihr vorsichtig sein auf jeden Fall. Und dann müsst ihr kurz auf jeden Fall. Und dann können wir den R accelschrauben hier an erblade. unschwer zu erkennen ist der airbag raus wenn man jetzt die werkstatt handbuch folgt und den lagern möchte dann so ja also zumindest steht also im werkstatt handbuch ob das jetzt zwingend so gemacht werden muss ich weiß es nicht weil eigentlich die stoffseite liegt nicht offen von daher kann ich euch das gar nicht so genau sagen wenn man wollte könnte man jetzt auch noch die hupen knöpfe ausbauen und 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 also eine menge spielereien die man jetzt hier mit machen könnte machen wir an dieser stelle nicht sondern wir machen direkt weiter mit dem lenkrad und zwar machen wir uns daran das ganze auszubauen mich scheint es erstmal logisch dass ich hier jetzt gerade die schrauben lösen das werden wir jetzt auch als allererstes machen und dann schau ich mal wieder das ganze aussieht und wie es dann weiter gehen müsste also die schrauben die ich gerade raus gemacht habe sind völlig für umsonst wie man sieht löst das nur eigentlich das hier oben na gut wieder was gelernt aber die sagen machen wir uns daran direkt heißt also wir machen einmal die mutter hier in der mitte ab das ist übrigens eine 19er nuss die ihr nehmen müsst in meinem fall mache ich das ganze mit der eineinhalb zoll knarre weil ich weiß dass das ding wahrscheinlich bomben festsitzen wird weil ich davon ausgehe ja und dann den ganzen quatsch abziehen das habe ich jetzt schon an dieser stelle gemacht ja ging tatsächlich erstaunlich leicht leichter als ich dachte dann haben wir hier die ganze die ganze kabel gedöhnt also auch hier wird es vom vom airbag und so schaut auf jeden fall dass das oben ist ja auch die lenkrad position merken wenn ihr das lenkrad ausbaut bzw wieder einbaut ganz einfach damit das lenkrad nicht schief steht wie gesagt bei mir ich bin gerade selber ein bisschen geschockt weil das lenkrad so einfach raus ging falls ihr euch jetzt wundert warum das so aussieht habe ich euch gerade erklärt ich habe ja die verkleidung versehentlich abgemacht das heißt die schraube ich jetzt eben fix wieder dran ja und dann gucke ich mal dass wir dann weitermachen und hier ans objekt unserer begierde kommen auch hier heißt es wieder schrauben lösen ich weiß nicht ob man das jetzt so gut sieht also einmal die hier die hier und die da unten und ich hoffe dass das zumindest das wäre und ich das teil dann zumindest abziehen kann ich bin mal sehr gespannt wie gesagt ich habe das alles selber noch nicht gemacht von daher ihr lernt es oder ich lerne es mit euch zusammen seht habe ich das jetzt einfach hier bei seite gehangen weil hier ist noch kabel hinter von dem ich nicht weiß ob es jetzt hier separat irgendwo weil das sieht mir nicht nur am stecker aus deswegen gehe ich davon aus dass das sind irgendwo gesteckt ist deswegen lassen wir es dran und arbeiten uns jetzt hier quasi einmal vor so 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 ja ich habe das ganze jetzt einmal rausgezogen mit ein bisschen kabel hier über über die ecke geht das auch heißt also ich kann mir jetzt anschauen ganz genau was ich hier an kabeln lösen muss und wie ich das lösen muss das objekt meiner begierde ist frei und für alle die sie immer noch fragen was ich denn damit will es ist immer noch sehr sehr simpel erklärt hat der hier nur die intervallschaltung für vorne aber er hat hier keinen wischer für hinten heißt also wenn ich im hatchback den wischer hinten weg mache und dann und das hier mit einbau sieht das ganze optisch einfach ein bisschen sauberer aus deswegen kommt das auf jeden fall mit rein weiter geht es mit dem tacho den habe ich ja schon mal ausgebaut ich weiß nicht ob sich ein der ein oder andere daran erinnert als ich meine tachoscheiben von basti bekommen habe beziehungsweise meine spuren replika scheiben von basti eingebaut bekommen habe und zwar muss erst der rahmen hier ab der ist hier oben geschraubt unten geklippt einfach mit schmackes rausziehen man kann auch wenn man hier und die verkleidung sowieso ab hat auch schauen ob man die vielleicht von unten noch ein bisschen raus drücken kann ja bisschen ruhig mit schmackes ansonsten einfach ziehen passiert nichts ihr könnt das lenkrad auch dran lassen ja sie müssen das nicht vorher abbauen keine sorge und da würde ich sagen das mache ich eben fix so so Übrigens nicht wundern, wenn das so aussieht, wenn ihr die Tacho-Blende rauszieht. Das liegt daran, dass das Metallschuhe sind, fällt schon mal nach unten in den Innenraum durch. Heißt also, ich werde den einen jetzt auch aufsammeln. Da haben wir den Verursacher, also da haben wir das Problem. Einfach wieder draufstecken und dann ist alles rutschi. Dann müsst ihr im Prinzip eigentlich nur Schrauben lösen. Einmal die hier, hier links außen, die dort unten und die außen und dann den Tacho nach vorne kippen. Ich habe das ja schon mal gezeigt beim Einbau meiner Plasma-Tacho-Scheiben. Trotzdem für all die, die neu sind, so funktioniert es. Ach ja, und übrigens, falls ihr die Teile hier raus haben wollt, könnt ihr einfach von hier unten drücken, wenn ihr unten die Verkleidung abpappt. Und dann könnt ihr die einfach nach oben abziehen und rausnehmen, ja. Also nur noch mal zur Info, das geht auch da hinten, bei dem Kollegen da hinten, ja, der da. Übrigens, wer sich mal gefragt hat, wie die Lüftung funktioniert, dem E-Hot9, ja, mit dieser super tollen Steuerung hier. Hallo, hallo. Du willst Luft, bitteschön. Hallo. So, aber jetzt wieder zurück zum Ernst der Lage. Übrigens, vergesst, was ich vorhin gesagt habe, es sind nur die Schrauben links und rechts und hier oben sind noch zwei, die habe ich vollkommen vergessen. Also da und einmal da, da unten und einmal da unten. Die in der Mitte müsst ihr nicht machen. Ähm, die hatte ich damals bei meinem Tacho, also als ich den im E-Hot9 ausgebaut habe, schon mitgemacht und mir ist gerade aufgefallen, dass ich den gar nicht brauchte. Deswegen, wie gesagt, vier Schrauben und dann den Tacho einmal rausziehen. Das Thema Stecker abziehen, einfach einen Schlitzschraubendreher nehmen, ja, hier unter die blauen Teile hebeln und dann könnt ihr die ganz entspannt abziehen. So, und dann haben wir noch zwei kleinere Stecker. Da sind Gott sei Dank so kleine, so kleine Clips dran, die ihr zusammendrücken könnt und dann könnt ihr das rausziehen. So, Tacho ist auch raus und wie ihr seht fehlt tendenziell nicht mehr viel bis zum Armaturenbrett. Das werde ich allerdings doch nicht heute machen. Es liegt nicht daran, dass ich es nicht möchte, sondern daran, dass es sonst zu viel werden würde, weil wir müssen hier unten noch abschrauben. Wir müssen da hinten den Airbag ausbauen, wir müssen das abschrauben, wir müssen hier überall alles lose schrauben, auch hier. Und ich glaube, das sprengt den Rahmen der Zeit. Das heißt, ich mache dann lieber ein zweites Video doch noch draus, also dann Teil Nummer vier insgesamt schon. Und mache das dann ganz entspannt, sodass das für euch natürlich auch deutlich informativer ist. Das heißt, hier geht es jetzt wirklich erstmal nur um Lenkrad und Tacho, aber das habt ihr ja jetzt dann auch gesehen. Das Ganze ist dann klar wieder als Tutorial gedacht quasi, dass ihr das Ganze nachbasteln könnt oder nachvollziehen könnt, wie das Ganze geht. Ich denke, ich werde das in eine zweite Playlist packen und zwar die ich dann vielleicht Tutorials nenne. Wenn da ein paar mehrere zusammenkommen, vielleicht habt ihr ja auch irgendwo schon ein Tutorial bei mir auf dem Kanal gesehen oder was ihr als Tutorial empfandet. Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben oder für die Spezies unter euch, die mich ständig auf WhatsApp anschreiben, statt es in die Kommentare zu schreiben, schreibt mir ruhig nur WhatsApp. So, da will ich gar nicht mehr lange quatschen. Ich würde sagen, das war es dann. Beim nächsten Mal geht es dann hoffentlich endlich ans Dashboard. Ja und in diesem Sinne würde ich dann sagen, lasst gerne ein Like da, teilt fleißig, kommentiert fleißig. Ihr wisst es ja, wie es läuft. Na und dann danke ich vielmals fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tüdelü und tschüss.